Emmers Café Scheune Emmers Café Ja, in der ein Jahr Café Scheune, heute ist Geburtstag. Stolz? Ja, sehr, sehr stolz. Genau, ein tolles Projekt. Es wird gut angenommen. Es war ja nun, ich sag mal so, ein Start ist immer nicht ganz einfach, aber mit einem richtigen Konzept und einer richtigen Idee. Ja, also es war auf jeden Fall viel Arbeit im Vorfeld. Es ist auch viel Arbeit in der Umsetzung, aber es ist Arbeit, die unheimlich viel Spaß macht, weil man sieht es heute hier. Es wird unheimlich gut angenommen. Wir haben einen Ort geschaffen, wo Leute gesellig zusammen sein können und ja, Kaffee und Kuchen werden gerne genommen und sind nachgefragt. Von daher funktioniert es. Die fünf Mädels, die das hier betreiben, machen das alle nebenberuflich und backen aber auch die Torten und Kuchen selber. Genau, also wir sind alles leidenschaftliche Hobbybäckerinnen. Wir teilen uns das dann so ein bisschen auf. Jeder hat so seine eigenen Spezialitäten inzwischen. Aber bis jetzt klappt es ganz gut. Heute zum Geburtstag, Waffeln. Die Schlangen wurden immer länger. Das scheint also auch ein Zugpferd zu sein. Ja, also genau. Das war heute so ein bisschen ein Special Offer. Zum ersten Geburtstag haben wir uns überlegt, wir wollen was Besonderes machen. Und wir haben Waffeln mit All-You-Can-Eat-Topping und wie man sieht, wird das auch gut angenommen. Also, ja. Ein Jahr ist rum. Das nächste kommt, wenn sich die fünf Damen von der Kaffee-Bar was für die Zukunft wünschen würden. Was wäre das? Also wir wünschen uns, dass unser Angebot hier weiterhin so gut angenommen wird, dass die Menschen Freude daran haben, hier bei uns zu sein, dass wir das alles weiterhin gut schaffen. Genau. Also auf das nächste neue Jahr. Vielen Dank. Danke auch. Vielen Dank.